Ankommen, Wohlfühlen und die Magie spüren in den Golden Hill Country Chalets & Suites in den südsteirischen Weinbergen, nur 25 Kilometer südlich von Graz. Berührungsfrei mit jedem erdenklichen Luxus und abgeschirmt vom Rest der Welt. Entspannen Sie in einem der vier Chalets mit Private Spa, Sauna-Kupus, Wellnessbadewanne und loderndem Kamin. Eingebettet in einem 15.000 Quadratmeter Park mit Naturschwimmteich. Mit dem Premium Loft erwartet Sie zusätzlich ein Rückzugsort der Superlative. Vom Outdoor Fitness Kubus mit Teichblick, der exklusiven Champagner Lounge bis hin zur Möglichkeit das eigene Pferd mitzubringen. Das ist Ihr Luxus Chalet in der Südsteiermark. Ganz privat in Ihrem Urlaubs zu Hause.